Gut, fangen wir an. Es geht um die Luftdichtheit bei der Dachsanierung von außen. Zunächst einmal wollen wir uns aber mal anschauen, in aller Kürze, keine Sorge, warum wir das denn überhaupt machen, warum Wärmedämmung luftgedichtet werden sollte. Also ich denke, der eine oder andere kennt die wichtigsten Aspekte wie Energieeinsparung, Feuchteschutz etc. Aber wie wir hier sehen, gibt es weitaus mehr Hintergründe, die für die Luftdichte bauweise sprechen. Also beispielsweise die Funktion von Lüftungsanlagen, die ist wirklich nur gewährleistet, wenn eben die Gebäudehülle entsprechend luftdicht abgedichtet ist. Und was auch ein ganz, ganz großer, wichtiger Part ist, ist das Thema Behaglichkeit. Das wird oft unterschätzt. Also beispielsweise Vermeidung zu trockener Raumluft. Das klingt jetzt vielleicht erstmal paradox, weil auf der einen Seite wollen wir ja vor Feuchtigkeit schützen mit der Luftdichtung. Wenn ein Gebäude jetzt aber undicht ist, haben wir jetzt so trockene Raumluft. Das hängt mit den klimatischen Verhältnissen zusammen, die wir hier während der Winterzeit haben. Wenn kalte Außenluft ins Gebäude einströmt, die wenig Feuchtigkeit, also wenig Gramm Wasser pro Kubikmeter in sich trägt, erwärmt sich die und die relative Luftfeuchte nimmt ab. Das heißt, hat man ein sehr zugiges Gebäude, dann haben Sie da Luftfeuchten von 30-40% und das kratzt im Hals, geht auf die Schleimhäute, Keime können sich anziehen, ist also sehr unangenehm. Nur ein Aspekt. Zuglufterscheinung, natürlich auch ein wichtiges Thema. Und man muss bei diesen Hintergründen berücksichtigen, dass die auch Auswirkungen auf andere Themen haben, gerade jetzt diese Zuglufterscheinung. Also vielleicht mal ein ganz praktisches Beispiel. Bei uns zu Hause zieht es auch ein bisschen. Der Schussler hat die schlechten Schuhe. Und ich muss die Heizung bei uns auf 24 Grad drehen, damit meine Frau nicht jammert. Das bräuchten wir sicherlich nicht, wenn es eben nicht so stark ziehen würde. Also hat eben dieses Behaglichkeitskriterium auch wieder Einfluss auf den Wärmebedarf, den wir brauchen. Also wichtig, dieses Thema Behaglichkeit, das wird in Zukunft auch immer mehr eine Rolle spielen, weil, ich sage mal, Energieeinsparung und Feuchteschutz ein Stück weit ausgelutscht ist. Da weiß man Bescheid. Da wird sich aber im Bereich Behaglichkeit sicherlich noch was tun. Okay, wir schauen uns vielleicht mal die, wenn man so will, wichtigsten Punkte an, nämlich Wärmeschutz und Feuchteschutz. Zunächst einmal den Wärmeschutz. Und dazu hat das Fraunhofer-Institut für Baufysik schon in den 80er Jahren untersucht, wie sich denn die Wärmedämmwirkung einer Dämmkonstruktion verändert, wenn dort Leckagen der Luftdichtung vorhanden sind. Die haben also den Wärmestrom über ein zunächst geschlossenes Bauteil gemessen. Also wenn man so will, allein über die Wärmeleitung, über einen Quadratmeter mit 14 Zentimeter Wärmedämmung. Und daran erkennt man auch schon, dass das ein bisschen älter ist, das Experiment. Heute hätten wir da sicherlich mehr, aber die Bauphysik ändert sich ja nicht. Also von daher hat das nach wie vor Relevanz. Und dort ergibt sich dann ein Wärmeübergang von 0,3 Watt pro Quadratmeter und Kelvin. Und was ist das, diese Größe? Genau, das ist nichts anderes als der U-Wert. Wären wir durch... Ja, der U-Wert. Genau. So. Jetzt stellen wir uns vor, hier wird eine Fuge eingefügt. Nämlich in der Luftdichtung von einem Millimeter Breite über einen Meter Länge. Und jetzt kommt sogenannte Konvektion zum Tragen. Das heißt, Wärme wird aktiv über Luftströmung transportiert. Über diesen Spalt. Und jetzt dürfen Sie mal schätzen, wie sich das Ganze verändert. Mutige Vor. Fangen wir mal leicht an. Wird es mehr oder weniger? Was denken Sie denn? Okay. 0,9. Also im Prinzip das Dreifache, wenn man so will. 0,9 zum Ersten. Zum Zweiten. 1,44 haben die gemessen. Also fast das Fünffache. Wärme, wenn man so will. Und das ist schon enorm, wenn man sich das mal so vorstellt. Allein aufgrund der Tatsache, dass eben hier die Wärmedämmung nicht geschützt ist und hier damit Wärme über Luftströmung das Gebäude verlassen kann, wenn man so will. Also bringt der beste Hochleistungswärmedämmstoff, 0,32er Wärmeleitfähigkeit, wie auch immer, nichts, wenn er nicht luftdicht eingepackt ist. Wärmedämmung braucht immer auch Luftdichtung. Ich denke, beim Wärmeschutz, da kann man sich nicht darüber diskutieren oder der Bauherr kann es verschmerzen, wenn er den einen oder anderen Euro mehr zahlt, sage ich mal, an Heizkosten, wo hingegen bei der Feuchtethematik ganz andere Probleme entstehen können. Da können Schäden entstehen, die für die Gesundheit der Bewohner entsprechend schädlich sein können oder sogar für die Bausubstanz, also bis hin zum Verlust der Tragfähigkeit. Und das Kernproblem, das wir mit Feuchtigkeit haben, ist, dass diese Feuchtigkeit eine der Wachstumsgrundlagen für Pilze ist, also zum Beispiel eben Schimmel oder holzzerstörende Pilze, die dann eben auch die Bausubstanz abbauen können. Also die brauchen, wie wir Menschen, auch irgendwie was zum Leben, eine Lebensgrundlage und das ist immer Nahrung, also irgendein Substrat, das wir verwerten können und eben vor allem Feuchtigkeit. Und deswegen müssen wir diese Feuchtigkeit fernhalten von unseren empfindlichen Materialien und dafür gibt es verschiedene Transportmechanismen, wie diese Feuchtigkeit in Konstruktion eindringt, nämlich einmal die sogenannte Wasserdampfdiffusion. Wasserdampfdiffusion kann auch bei komplett, oder was heißt kann, die findet auch statt bei komplett luftdichten Bauteilen. Das ist im Prinzip der feuchte Austausch entlang eines sogenannten Wasserdampfdruckgefälles. Das heißt, wir haben einen Potenzialunterschied im Winter, mehr Gramm Wasser pro Kubikmeter Luft als außen und dann entsteht eine Spannung wie beim elektrischen Strom und die Moleküle wandern dann durch das Bauteil nach außen in den Bereich geringerer Konzentration. Und je nachdem, wie gut sich die Moleküle hier durch die Materialien durcharbeiten können, welche Dampfdiffusionswiderstände die haben, findet das eben stärker oder schwächer ausgeprägt statt. Das ist aber eine Thematik, die wir relativ einfach in den Griff bekommen. Das können Sie mit dem U-Wertrechner oder was auch immer, da gibt es ein Feuchteschutztool beigeschaltet, relativ einfach, also könnten Sie im Prinzip auch mit dem Taschenrechner händisch nachrechnen, dass dort keine Probleme entstehen. Grundsätzlich muss man sagen, Konstruktionen sollten außen so diffusionsoffen wie möglich sein und ihnen so dampfbremsend wie nötig, um hier den Feuchteintrag zu begrenzen. Das ist aber tatsächlich eher nicht das Problem in der Praxis. Daneben gibt es die sogenannte Konvektion. Also ähnlich wie Wärme übertragen per Luftströmung kann natürlich auch Feuchte transportiert werden, also Wasserdampfteilchen durch Fugen in der Luftdichtung. Und was wäre hier der Antrieb für? Also bei der Diffusion war es ein Wasserdampfdruckunterschied sozusagen. Was beschert uns denn die Konvektion? Also nur weil da ein Loch in der Folie ist, strömt nichts durch. Das ist ein Luftdruckunterschied. Wo könnte der herkommen? Ja, genau, Temperatur spielt eine Rolle. Im Prinzip landläufig als Kamineffekt bezeichnet, thermische Dichteunterschied. Also wir haben im Winter im Innen warme Luft, die ist leichter als die kalte Außenluft, also die Luftzäule mit vergleichbarer Höhe. Und dadurch entsteht im Gebäude eben oben ein Überdruck und unten ein Unterdruck und die Luft wird oben nach außen gepresst sozusagen. Und dann strömt sie aber hier durch unser Bauteil, wo dann unter Umständen Schäden entstehen können, weil diese Luft natürlich Feuchtigkeit mit sich führt. Selbes Spiel wie eben, wieder diese Millimeterfuge, nur dass wir jetzt nicht schauen, welche Wärme transportiert wird, sondern welche Feuchtigkeit. Also auch hier hat das Fraunhofer-Institut untersucht, wie ist der Unterschied zwischen Diffusion und Konvektion, wenn man so will. Anders gesagt, luftdichtes Bauteil und eben undichtes Bauteil. Wenn wir jetzt von einem dichten Bauteil, also luftdichten Bauteil ausgehen, dann haben wir hier bei, das steht hier am Kleingedruckten, bei einer Dampfbremse mit einem SD-Wert von 30 Meter. Ein Wasserdampf-Diffusionsstrom, wenn man so will, von 0,5 Gramm pro Quadratmeter am Tag. Ist das viel? Ne. Das ist 0,5 Gramm, entspricht ungefähr einem Tropfen Wasser, das verteilt auf einen Quadratmeter. Und selbst wenn man das jetzt mal über den ganzen Winter hochrechnet, kann alleine dadurch eigentlich kein Problem entstehen, das müsste jedem einleuchten. Jetzt kommt wieder die böse Fuge dazu, also sei es, weil irgendwo die Dampfbremse nicht richtig oder die Luftdichtung nicht richtig angeschlossen wurde oder nachträglich beschädigt wurde, was ja auch vorkommen soll. Und dann kommt eben die Konvektion zum Tragen, das heißt Feuchtigkeit wird aktiv mitgeführt. Gut, was schätzen Sie, was dann passiert? Eben hatten wir Faktor 5. Sehr gut, Sie werden mutiger. Genau. Faktor 100 höre ich hier. Das ist tatsächlich sogar noch ein bisschen mehr. Faktor 1600, also fast ein Liter Wasser strömt hier durch diese Fuge täglich. Das muss man erst mal sacken lassen. Wenn man das so sieht, dann müsste man jetzt eigentlich vom Boden zusammensinken, müsste eigentlich jedes zweite Dach absaufen, sage ich jetzt mal. Hintergrund, warum oft nichts passiert ist, dass gerade bei den sehr undichten Gebäuden die Feuchtigkeit meist direkt nach außen entweichen kann. Da haben wir oft große direkte Leckagen, viele Leckagen, wo sich die Feuchtigkeit verteilt. Das ist aber bei modernen Gebäuden anders. Da geben wir uns ja Mühe, das weitestgehende Luftdicht auszuführen. Da können dann einzelne Leckagen problematisch sein. Also dieses Thema Luftdichtheit ist bei modernen, sagen wir zumindest halbwegs luftdichten Gebäuden relevanter als bei sehr, sehr undichten Gebäuden. Wenn wir jetzt mal auf den Feuchtesschutz schauen. Hier sehen wir einen plakativen Feuchtesschaden, der entstanden ist durch Konvektion. Das ist ein Flachdach in Holzbauweise mit Dachbegrünung, vollgedämmt, unbelüftet. Also auch ein bisschen anspruchsvolleres Bauteil baufysikalisch. Und hier hat man bei einer Revision festgestellt, dass der Boden nachgiebig ist, also meist darauf umgelatscht, auf Deutsch gesagt, und hat festgestellt, dass die Dachschalung nachgibt. Und beim Öffnen hat man dann das hier vorgefunden, also braucht man auch gar kein scharfes Werkzeug. Das war im Prinzip mit dem Handbagger zu öffnen. Und hier hat man das vorgefunden, die Dachschalung, USB-Platte, total verrottet, haben sich im Holz zerstörte Pilze angesetzt durch Feuchteintrag. Und die Ursache kommt gleich, nämlich das hier. Der natürliche Feind der Luftdichtung, der Elektriker hat gnadenlos zugeschlagen. Hier hat also punktuell diese Leckage in der Luftdichtung einen massiven Feuchteschaden verursacht. Jetzt könnte man natürlich wieder sagen, der Gedanke lege nahe, es ist allein der Elektriker schuld. Wenn man genau hinschaut, sieht man aber, dass die Konstruktion schon so gebaut war, dass sie gar nicht umgehen kann mit zusätzlicher Feuchtigkeit. Also man sieht hier die Dachabdichtung, Bitumbahnen, sehr, sehr stark Dampfbremsen. Innen eine PE-Folie, auch sehr stark Dampfbremsen, SD wird ein 100 Meter in etwa. Und dann haben wir hier eine Dicht-Dicht-Konstruktion mit einem Ventil, wo kontinuierlich Feuchtigkeit eindringt, die aber nicht wieder rauskommt. Und da ist der Schaden eigentlich fast vorprogrammiert. Deswegen darf man es so auch gar nicht mehr bauen heutzutage, also normativ, das am Rande. So, hier sieht man es nochmal in der Vergrößerung. Ja, Luftdichter ist Pflicht, steht hier. Ja, provokativ kann man eigentlich gar nicht mehr sagen, weil es ist tatsächlich so. Wir finden nämlich in verschiedensten Verordnungen, Regeln der Technik, Anforderungen zur luftdichten Gebäudehülle, allen voran in der Energieeinsparverordnung. Dort steht nämlich, dass zur richtigen Gebäude dauerhaft Luft undurchlässig auszuführen sind, entsprechend anerkannte Regeln der Technik. Und dazu muss man sagen, dass die Energieeinsparverordnung, ich betone es, eine Rechtsnorm ist, die verbindlich einzuhalten ist. Also es hat nicht den Charakter einer DIN-Norm oder einer Regel der Technik, wo man vielleicht mit dem Bauherr etwas vereinbaren kann, um das Ganze zu umgehen. Das ist bei Rechtsnormen nicht möglich, solche Vereinbarungen so nichtig. Anders gesagt, die NF ist verpflichtend umzusetzen, ich kann die nicht umschiffen, wenn man so will. Wenn man das jetzt genau liest, dann sieht man, dass sie dummerweise steht, zu errichtende Gebäude. Das heißt, die NF bezieht sich hier nur auf Neubauten, nicht auf Sanierung, womit wir uns ja heute beschäftigen. Aber weil das so ist, hat das zum Beispiel die KfW-Förderbank nochmal konkretisiert und sagt in ihren technischen FAQs oder technischen Richtlinien, dass das genauso auch für zu sanierende Gebäude anzusetzen ist, dieser Absatz aus der Energieeinsparverordnung. Neben dieser Verordnung gibt es natürlich eine ganze Reihe an Regeln der Technik, allgemein anerkannte Regeln der Technik, DIN-Norm zum Beispiel. Da gibt es beispielsweise die DIN 148 Teil 3, das ist also die Norm für den klimabedingten Feuchteschutz, Tauwasserschutz, wenn man so will. Und da steht auch ganz allgemein drin, dass eben Wände und Dächer, also allgemein Bauteile der Außenhülle, luftdicht sein müssen, um eine Tauwasserbildung im Inneren der Konstruktion zu verhindern. Also hier Hintergrundfeuchteschutz, die Energieeinsparverordnung, wie es der Name schon sagt, zieht natürlich eher auf den Wärmeschutz ab, aber die DIN 148 Teil 3 beschäftigt sich eben mit dem Feuchteschutz. Und auch mit diesem Hintergrund müssen wir natürlich luftdicht bauen. Und das sollte sich der eine oder andere vielleicht auch in der DIN schreiben. Natürlich gilt es nicht nur in der Fläche, sondern auch in den Anschlussbereichen, also auch Durchdringung, Installation, Elektro zum Beispiel, Einbauteile etc. Das muss natürlich auch alles abgedichtet werden. Klingt trivial, ist es aber leider nicht mehr. Es gibt sogar eine Norm, die sich explizit oder alleine mit dem Thema Luftdichtheit der Gebäudehülle beschäftigt. Das ist die DIN 148 Teil 7. Also die 148 ist ja die Wärmeschutzreihe sozusagen. Und Teil 7 beschäftigt sich explizit mit dem Thema Luftdichtheit von Gebäuden. Und dort sind auch Anforderungen an die Planung definiert. Zum Beispiel, dass die Luftdichtheitsschicht nicht nur einfach auf der Baustelle entstehen muss irgendwie, inklusive aller Anschlüsse nach Herstellerangaben, sondern die muss vorab sorgfältig geplant und entsprechend dann ausgeschrieben werden und die Arbeiten müssen koordiniert werden. Und diese Planung, die erfolgt in einem sogenannten Luftdichtheitskonzept. Das hat bestimmt der eine oder andere oder viele von Ihnen auch schon gehört. Das ist im Prinzip ein geschlossenes Konzept, eine Planung, die sich mit dem Thema der luftdichten Gebäudehülle beschäftigt. Und dort wird festgelegt, im ersten Schritt, wo ist das beheizte Gebäudevolumen, das dann wiederum einmal umlaufen direkt umschlossen wird oder umschlossen werden sollte, muss man vielleicht sagen, von der Luftdichtung der Gebäudehülle. Die Details müssen festgelegt werden. Und zwar nicht nur, wo muss man was machen, sondern auch in ihrer Ausführung. Und das betrifft uns natürlich auch in der Sanierung. Wir müssen uns natürlich bei der Rassanierung von außen nicht überlegen, wie eine Kellerdecke luftdicht ausgeführt wird. Das sollte auch klar sein. Aber wir müssen schauen, wo ist die luftdichte Ebene der angrenzenden Bauteile. Also bei der Dachsanierung dann beispielsweise eben die Außenwände, Längs- und Giebelwände. Und dort müssen wir eben entsprechend dann mit unserer Luftdichtung des Daches anschließen. Zum Beispiel eben an der Traufe. Und da muss dann die Ausführung festgelegt werden. Bei einer Sanierung von innen oder im Neubau könnte das so aussehen. Das ist jetzt nur mal beispielhaft. Oder von außen eben wie folgt. Muss aber eben eigentlich oder sollte im Vorfeld eben detailliert geplant werden, wie das Ganze auszuführen ist. Und dazu muss man natürlich wissen, wie das Ganze vor Ort ausschaut. Also sollte man sich auch mal den Bestand angeschaut haben. Und dann natürlich in Einklang mit der Sanierungsmaßnahme, weil je nachdem, wie ich die Luftdichtung verlege, sehen die Anschlussdetails natürlich auch unterschiedlich aus. Und dementsprechend muss die Ausführung dann festgelegt werden. Kommen wir zu der ersten Variante der Verlegung der Luftdichtung bei der Dachsanierung von außen. Der sogenannten Sub-and-Top-Dachsanierung oder auch schlaufenförmig verlegten Luftdichtung. Das ist relativ weit verbreitet. Und hier passiert Folgendes. Wir nehmen vom Dach die alte Dacheintdeckung ab, räumen das Gefachleer, also die alte Dämmung raus, sofern eine vorhanden ist. Und dann wird im Prinzip die Kontur des Daches einmal luftdicht nachgefahren. Also einmal, wenn man so will, luftdicht eingewickelt mit einer Luftdichtheitsbahn. Und dann ist das im Prinzip einmal umlaufend luftdicht eingetütet. Jetzt haben wir hier aber unterschiedliche Anforderungen. Wir sehen hier, dass die Luftdichtung innen verläuft, im Gefachbereich, also unterhalb der Wärmedämmung, während der Tauperiode im Warmbereich. Also da, wo sie baufysikalisch optimalerweise auch sitzen sollte. Dementsprechend brauchen wir hier etwas Dampfbremsendes, um Feuchteintrag zu verhindern in die Dämmenebene. Das ist aber gar nicht das eigentliche Problem, sondern eher dieser Bereich hier, der Balken- oder Sparrenbereich. Hier verläuft die Luftdichtung nämlich sehr, sehr weit außen, vielleicht sogar an Außenluft angrenzend. Und damit hier kein Feuchteproblem entsteht, muss die Bahn hier hochdampfdurchlässig oder diffusionsoffen sein. Weil die Bahn wird eben hier nicht angeklebt in dem Bereich. Das heißt, ein Stück weit kann hier Feuchtigkeit zwischen der Bahn und den Balken nach oben steigen. Hier oben wird es kälter während der Winterzeit, es könnte Kondensat entstehen, deswegen muss das hier nach außen entweichen können. Und um dieses Problem zu lösen, gibt es verschiedene Ansätze. Es gibt beispielsweise Bahnen, wo ich dann die Dampfbremsschicht abziehen kann. Hat sich nicht wirklich durchgesetzt in der Praxis, weil es nicht praktikabel ist, umständlich und auch bei manchen Konstruktionen an die Grenzen gelangt. Also wenn ich zum Beispiel querverlaufende Hölzer habe, was sehr, sehr gut funktioniert, ist eine feuchte Variable Dampfbremse. Das heißt, der Diffusionswiderstand, wie es der Name sagt, reagiert auf Feuchtigkeit variabel. Und dann macht die Bahn genau das, was wir brauchen. Hier innen Dampfbremsen, während der Winterzeit haben wir hier eine trockene Luft. Hier oben hohe Luftfeuchtigkeit, hier hoch diffusionsoffens, damit die Feuchtigkeit hier nach außen entweichen kann. Und das finden Sie so mittlerweile auch in Regeln der Technik. Also zum Beispiel in der DIN 41.8 Teil 3 wieder, also der Feuchteschutznorm, gibt es nachweisfreie Konstruktionen für diese, wenn man so will, sonderverlegungsweise mit der schlaufenförmig verlegten Dampfbremse. Und genau dort wird auch eben eine feuchte Variable Dampfbremse gefordert mit entsprechendem SD-Wert. Und diese Anforderung erfüllt natürlich unsere Bahn, die wir dafür empfehlen. Das ist die DASA-Top, steckt also Dachsanierung und Sub-N-Top drin. Vorteile der Variante ist, ich kann das im Prinzip machen, auch komplett ohne eine zusätzliche Aufdachdämmung. Das kann zum Beispiel relevant sein, wenn ich hier Nachbarbebauung habe. Also wenn ich allgemein die Anschlusshöhen einhalten muss oder im Denkmalschutz. Das ist auch mal wieder ein Thema, dass die Dächer nicht unnötig erhöht werden dürfen. Das können alle Aspekte sein, dass ich hier keine zusätzliche Aufdachdämmung draufbringe. Und wenn das der Fall ist, dann bin ich eigentlich zwangsläufig bei dieser Sub-N-Top-Variante, weil ich dann eben den Zwischensparrenbereich voll ausdämmen kann und hier im Prinzip direkt drüber könnte mit einer diffusionsoffenen Unterdeckbahn. Ein weiterer Vorteil hat diese Verlegungsweise, wenn ich mit Einblasdämmung arbeite, weil wenn ich das Dachstuhl von außen saniere, möchte ich natürlich nicht von innen Löcher reinbauen, um die Dämmung einzublasen, dann wird man das auch von außen machen. Und wenn die Luftdichtung hier unterhalb der Zwischensparrendämmung verläuft, muss ich da gar nicht durch mit dem Einblas-Schlauch und nicht nachträglich abdichten. Also von daher wäre das jetzt auch ein Vorteil dieser Variante. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns das Ganze mal in der praktischen Verarbeitung an. Nochmal? Besser? Besser. Okay. Der Stefan hat gerade erklärt, hier die Membran wird in der Summe so verlegt, dass ich in der Abwicklung von Ortgang zu Ortgang meine Bahn tatsächlich den Konturen folgen werde bei der Verlegung der Bahn. Und was ich euch jetzt im Vorfeld erstmal was mitgeben möchte ist, ihr lernt bei mir heute weder kleben noch verlegen, weil das setzt sich voraus, dass ihr da eure Erfahrung mitgemacht habt als Verarbeiter, als Planer dessen, was da draußen passiert. Ich möchte euch hier in erster Linie sensibilisieren für da, wo es drauf ankommt. Und wo es drauf ankommt, ist de facto nicht die Fläche allein, weil die Fläche kann jeder. Fläche ist einfach. Problem der Fläche ist, die Fläche hört immer irgendwo auf. Die Fläche hört auf am Ortgang, die Fläche hört auf an der Draufe und die Fläche hört auf an jeder Durchdringung. Und jetzt von meiner Seite vorab das Wichtigste, was ihr mitnehmen sollt, ist, Wichtig bei der Verlegung von luftdichten Membranen ist immer der Anschluss an das nächste angrenzende luftdichte Bauteil. Sollte ich eine Situation vorfinden, wo mein nächster Anschluss nicht luftdicht ist, habe ich meine Aufgabenstellung nicht erfüllt. Ich habe hier eine Draufvariante gewählt, einfach auch zwecks Demonstration hier. Die werde ich im süddeutschen Raum eher selten vorfinden, aber im norddeutschen Raum, wo vielleicht oder schwerpunktmäßig noch eine zweite Wand davor steht, eine Vorsatzschale, wird sich kein Maurer die Arbeit machen und hier zwischendrin hochmauern, wenn noch vorne dran eine zweite Wand hinkommt. De facto möchte ich euch nochmal was zeigen hier, ich halte es kurz in die Kamera, beziehungsweise der Nils hält da drauf, ich stelle es da her. Es gibt niemals die Draufe und es gibt auch niemals den Ortgang, sondern es gibt immer nur die Draufe und den Ortgang an der Baustelle, wo ich mich gerade befinde. Und wenn ich ein Angebot erstelle und jetzt mein Tipp an die Handwerker, ganz, ganz wichtig, guckt es euch vorher an, weil wenn ihr ein Angebot abgebt und wisst nicht, wie es dahinter dran aussieht, dann ist das wie eine Wundertüte. Wir lassen uns mal überraschen, was da zum Vorschein kommt. Und da wir kein Geld auf die Baustelle tragen möchten, sondern Geld verdienen möchten für eine adäquate Leistung, möchten wir auch ein entsprechendes Angebot abgeben und dazu muss ich wissen, was ich vorfinde. Wir haben eben gerade gehört vom Stefan, es gibt die Luftdichtungskonzeptplanung im Vorfeld und da steht ja Planung, ausschreiben, sorgfältig ausführen. Heißt de facto, wenn wir uns das betrachten, ist schon vollkommen klar, wer die Planung eigentlich machen müsste, nicht der Handwerker, sondern wenn ich es danach erst ausschreibe nach der Planung, eigentlich der Planer. Bloß wann ist, und ich glaube, das ist hier nicht anders als bei uns, wann ist in der Sanierung ein Planer überhaupt da? Meistens macht es dann der Handwerker alles in der Summe und ist dann vollhafter auch für alles. Das heißt, vorher mal gucken, damit man weiß, was hinterher auf einem zukommt. Zum Beispiel auch Durchdringungen. Auch Durchdringungen sind nächste angrenzende luftdichte Bauteile. Wenn sie nicht luftdicht sein sollten, dann muss ich sie so einpacken, dass sie luftdicht werden. Ich zeige jetzt mal hier als klassische Durchdringung hier die Zange. Wir gucken mal, und davon gibt es ja auch ganz viele Zangen in dem Fall. Und je nach Dachneigung als solches, wird, je flacher das Dach als solches wird, wird dieser Zwickel, den ich da unten zu bearbeiten habe, hier, ich gehe gerade mal ein bisschen tiefer, komm doch mal rein, der wird dann auch schwieriger auszuführen zu sein. Ihr seid alle mit mir einer Meinung. Wenn ich aber hergehe und würde das Ganze in die senkrechte Rücken beziehungsweise meine Durchdringung 90 Grad durchstoßen lasse, dann tue ich mir es einfach, so wie hier dargestellt. Habe ich nur rechte Winkel und die kann ich ja deutlich leichter einkleben. Und dann wäre es angebracht, zum Beispiel, wenn man sich die Baustelle vorher angeschaut hat, dann weiß man A, die Stärke der Zangen und B, die Dachneigung. Und dann kann ich im Vorfeld, bevor ich dann hier anfange zu beginnen mit der Verlegung der Membran, dann richte ich mir schon zu Hause Klötze, die ich als allererste Aktion hier einpflege. Das ist jetzt ein bisschen schwieriger, weil die Membran schon da ist. Ich habe gesagt, von der Chronologie her gehen wir zuerst her, machen die Klötze da dran, ich schraube die an und schon habe ich eine Konstruktion, die ich ganz leicht und auch für verkaufbares Geld anschließen kann. Weil das hier deutlich schneller geht und deutlich einfacher und somit auch für den Kunden eindeutig günstiger wird, liegt auf der Hand. Dargestellt hier, einfach meinen rechten Winkel in der Summe eingeklebt und ich habe meine Durchdringung gelöst. Die habe ich ja schließlich nicht nur einmal, die ist ja sehr, sehr oft auf meiner Baustelle, nämlich bei jedem Sparer, auf beiden Seiten. Und manchmal ist es eigentlich so, dass man abends gar nicht merkt, dass man da war, weil man den ganzen Tag vielleicht nur Zange eingeklebt hat. Handwerker, stimme mir bei, oder? Stimme. So. Aber auf die Art und Weise ist es so, dass ich damit vielleicht auch noch tatsächlich Geld verdienen kann, weil der Kunde akzeptiert es und er sieht es und der weiß, was ich da tue und ich vor allem weiß auch, was ich tue, nämlich einen angrenzenden Bauteil luftdicht einzuarbeiten. Jetzt sieht es so aus, es ist auch nicht von Vorteil, wenn ich versuche, eine Abwicklung hier in der Summe von 20 Metern mit 19,70 Meter Membran hier zu lösen, weil das Ergebnis wird sein, dass die Kontur dessen, was ich hier versuche, auszulegen hier, luftdicht, wird hier mit Spannung versehen sein. Wo kann man es zeigen? Hier. Hier ist noch, wenn ich hier anfange zu ziehen, dann kann ich hier die Kontur nicht mitnehmen, ja. Und dann wird hier Feuchtigkeit am Sparren entlang streichen. Deshalb ist es zwingend notwendig, dass ich hergehe, beim Verlegen der Membran, dass ich mir hier leisten. Und auch das macht absolut Sinn, keine Holzleiste, die ich vorher zusäge, die ich dann auf der Baustelle auch wieder sägen muss, weil ich sie nicht brechen kann. Einfach hier eine Leiste aus einer Hartfaserplatte hier antackere und dann im richtigen Leben natürlich nicht mit dem Handtacker, weil es zu umständlich ist, hier zum Schauen und zum Zeigen natürlich absolut sinnvoll. Hier nehme ich die Kontur mit und hier wird kein feuchter Strom stattfinden, weil da oben da ist ja unsere kritische Stelle, wie eben schon gehört im Theorievortrag. Hier möchten wir Feuchtigkeit vermeiden, die hier durch Hinterströmung vielleicht passieren könnte. Was auch passieren könnte, was negativ wäre, für das, was wir hier tun, und ich mache das gerade nochmal weg. Da sieht man schon, das geht tatsächlich schwer. Klammer, in dem Fall ist es zwar eine kleine, aber die hält trotzdem das, was es soll. Wenn ich mir das unter drunter angucke, wir sanieren relativ oft hier, wir sanieren relativ oft Gebäude, da ist auf der Unterseite, ich ziehe das mal grau raus hier, da ist Heraklit oder ein anderer Stoff, der an einer Dachlatte befestigt wurde und diese Dachlatte wurde, je nach Zeit, wann das Gebäude erstellt wurde, mit Nägel, mit Schrauben, was auch immer befestigt und da hat auf der Innenseite keiner sich Gedanken gemacht, wie weit diese Schraube oder dieser Nagel auf der Außenseite rausguckt. Wir müssen natürlich hier unsere Dampfbremse, Luftdichtungsbahn vor Penetration schützen, das heißt, ich gehe her, nehme die Flex und flex die ganze Nägel und Schraube ab und dann komme ich auf der Kaffeepause zurück und dann helfe ich der Feuerwehr beim Löschen, weil ich gehe mit der Flex an knochertrockenes Holz, ich habe hier Funkgeflug, wird keiner tun, also von daher gehe ich her und unterlege meine Dämmung mit einem Dämmstoff, der druckstabil ist, hier dargestellt, mit einer Holzweichfaserplatte, mit einer Flexplatte und sorge dafür, dass eine Nagel oder eine Schraube, der von innen durchguckt, mir in meiner Membran hier keinen Schaden verursacht. Die zwei, drei, die vielleicht, weil die Schraube oder die Nägel doch so lang waren, die zwicke ich ab, aber den Rest erschlage ich letztendlich mit diesem Unterdämmstoff und wenn der eine gewisse Dicke, weiß jemand hier, wo sich das bewegt, was ich da darunter packen dürfte, ohne hier nicht den Taupunkt so weit nach innen zu verschieben, also innerhalb der Dampfbremse an Dämmung? Fünf? Fünf Zentimeter, also drücken wir es in Prozent aus, in Abhängigkeit dessen, was in der Summe da ist, ist viel wichtiger, weil darum geht es. Fünf Zentimeter bin ich meistens in der Sanierung vielleicht schon grenzwertig, also die Norm sagt 20% und 30% haben sich als brauchbar noch erwiesen, dahingehend, dass wir nicht so viele Probleme produzieren, also wenn man was drunter packt, was stabil genug ist, druckstabil ist und in der Summe das nicht verlagert, jetzt sind wir hier beim 16er Sparren, würde ich jetzt, wenn wir ein 16er Sparren dämmen, da würde ich jetzt auf die 5 Zentimeter zum Beispiel gehen, weil die ist das auch eine handelsübliche Größe, die ich kaufen kann, 20er Sparren, so weit sind wir im Moment zur Zeit noch gar nicht, dass wir die sanieren in den meisten Fällen, im Regelfall reden wir von 12, 14, 60 Zentimeter Sparren, weil damals, als das Haus gebaut wurde, war nicht die Wärmedämmung das Thema das Entscheidende, sondern die Statik und hier jetzt in dem Fall Holzfaser unten drunter, sollte das mehr werden müssen, warum auch immer, dann muss man das Ganze berechnen lassen und sich unter Umständen entweder eine Freigabe hole vom Hersteller, der dann sagt, es geht auch, wenn wir es so tun, wenn du diesen Dämmstoff darunter nimmst, wir versuchen aber eine allgemeingültige Aussage zu treffen, unabhängig von Dämmstoff darunter. Jetzt heißt unsere Firma Moll, bauekologische bedruckte Produkte, also wir kommen aus der Öko-Ecke und wir gucken natürlich, dass man schwerpunktmäßig mit Dämmstoffen arbeitet, die auch aus dem ökologischen Bereich sind und hier jetzt mit der Hohlfaser, in dem Fall auch in der Zusammenarbeit mit der Firma Gutex hier auf der Seminartour, sind wir hier gut aufgestellt. Ich lasse das jetzt mal draußen, dann brauche ich das da jetzt nicht darunter zu friemeln wieder, aber hier eine Dämmung darunter, wenn ich Penetrationsmöglichkeiten vorfinde und auch da ist es wieder wichtig, ich schaue mir es vorher an, sonst habe ich wieder meine besagte Wundertüte. Ich lasse es jetzt draußen und jetzt geht es darum, diese Durchdringungen als solches einzuarbeiten und es könnte zum Beispiel sein, mit einem Klebeband, das könnte zum Beispiel sein, mit einem Flüssigkleber, das könnte sein, wahrscheinlich auch wahrscheinlich, dass ich vielleicht für die Verwendung von einem Klebeband bei einem sägerauen Holz in der Konstruktion wie hier, weil da wäre ja der Sparrekopf hier nicht gehobelt, dass ich vielleicht die Oberfläche meiner Durchdringung, meines nächsten angrenzenden, luftdichten Bauteils erst mal ertüchtigen muss, auf gut Deutsch Primern, wenn ich weiß, dass ich mit meinem Flüssigkleber mir meinen Primer ersetzen kann, dann spare ich mir einen Arbeitsgang, wenn ich mir über Klebeband erst gar keine Gedanken mache, aber wenn ich Primer brauche, gibt es die Möglichkeit, ich habe einen Primer, den ich mit dem Pinsel auftrage oder ich habe den gleichen Primer, den ich auch aufsprühen kann, mit dem Vorteil, alle beide, muss keine Ablüftzeiten einhalten, also ich kann sofort ins nasse Bett weiterarbeiten, aber ich brauche einen tragfähigen Untergrund und das ist eben entweder mit dem Flüssigkleber, der in die Faserstruktur bei Sägeraumholz eindringt, der Kleber oder eben der Primer bei der Verwendung von Klebebänder. Letztendlich ist es meine Entscheidung, ich muss dafür einstehen, ich muss dafür gerade stehen, ich muss dafür haften. Die Klebebänder bei uns, die werden geschnitten, nicht gerissen. Jetzt zeige ich mal was, wo der eine oder andere vielleicht sagt, der Tag hat sich heute schon gelohnt. Man braucht keine Fingernägel, um jetzt die Schutzfolie, den Liner zu trennen von dem Klebeband, sondern ich gehe einfach her, lege das in der Hand ganz leicht hohl und ohne Fingernagel ziehe ich es einfach ab. Also ich muss da nicht auf der Baustelle zwei Stunden extra mit einrechnen, die ich brauche, um hier irgendwo mein Klebeband vom Schutzpapier runterzuziehen. Ist ganz, ganz einfach, ich dürfte es nachher in der Pause gerne mal probieren. Und das ist jetzt mein Hinweis auch noch für nachher. Ich stehe in jeder Pause hier am Modell. Wenn euch nachher noch Fragen nach dem Vortrag einfallen sollten oder vielleicht auch eine Frage, von der ihr sicher seid, dass es euch direkt betrifft, weil es um ein aktuelles Projekt geht. Ich stehe hier vorne, könnt mich jederzeit fragen. So, wenn ich jetzt hergehe und gucke, mein nächstes angrenzendes, luftdichtes Bauteil hier in dem Fall wäre mein Ringanker, mein Beton, der ja in sich selbst luftdicht ist, da muss ich hin, da muss ich verkleben. Am Ortgang, hier, hier, brauche ich, da zeige ich dann auf der anderen Seite was dazu im Nachgang, da brauche ich meinen tragfähigen Untergrund und dann gehe ich her, nehme meinen Kartuschenkleber und auch das mache ich da drüben, das hat Bewandtnis, weil ich möchte die Seite gerne halten für den Vortrag übermorgen, die andere Seite baue ich komplett zurück und deswegen ist das schon eine Schweinerei mit dem Zeug. Klebt ganz toll auch an Haut, Hose, Haare, also schon aufpassen und auch für mich hier auf dem Teppich gilt aufpassen, weil ich habe schon meinen Teppich vernichtet beim Vortrag. Ich gehe her und trage eine Kleberaupe auf, wir haben uns darauf intern geeinigt hier beim Schulungszweck und so soll es im richtigen Leben auch sein. Wir bleiben im inneren Drittel hier der ganzen Wand, tragen auf eine Dichtraupe, keine Schnur, keine Wurst, eine Raupe, das ist der Fachbegriff, kann man es ganz leicht merken von wegen, was man damit hinterher machen soll, wenn man es ins Tierreich übertragen, die Raupe soll die Streicheleinheit überleben. Das heißt, ich drücke diese Raupe im Nachgang nicht platt und sonst nehme ich der Kleberaupe die Möglichkeit anhand ihrer Dicke und der Zähigkeit im Material, die Kohäsion im Material, nämlich die Möglichkeit bei Bauwerksbewegungen hier irgendwo ausgleichend zu wirken in der Form, dass dann es eventuell zu Abrisse kommen könnte. Durch diese Kleberaupe, das ist eine von zwei Möglichkeiten, wie ich auf eine Anpresslatte, die ja früher in der DIN stand, verzichten kann. Das heißt, ich brauche zum einen die Möglichkeit, dass ich hier mehr Material einpflege, eine kleine, wenn es denn möglich ist, eine kleine Dehnschlaufe und dann dieses dicke Material, das ist nicht dazu da, dass wir mir Kleber verkaufe, sondern wirklich dazu da, dass es unterm Strich hier die Möglichkeit behält. Es wird auch kleben, wenn ich es anpressen würde, aber im Gegensatz zum Klebeband darf ich Flüssigkleber nicht andrücken. Klebeband dagegen, zeige ich jetzt mal hier, Klebeband wird mit einem, bei uns heißt das Teil Pressfix, ich könnte auch eine Rolle nehmen, ich könnte auch den Handrücken nehmen, wird angedrückt, weil jedes Klebeband, jedes Klebeband, egal für welchen Verwendungszweck, hat immer einen sogenannten Anfangstack und einen Endtack. Tack kommt aus dem Englischen, steht für Klebekraft. Ich übertreibe ein kleines bisschen und sage, es gibt immer eine Anfangshaftung und eine Endklebekraft und diese Endklebekraft, die wird erzielt durch Aktivierung des Klebebandes und aktivieren kann ich immer nur mit Druck. Das, was ich beim Flüssigkleber auf keinen Fall tun darf, ist ein absolutes Muss beim Klebeband. Heißt, bei einer hier Situation in der Horizontalen ist der Gegendruck meiner druckstabilen Dämmung, auch wenn es eine flexible und weiche ist, vollkommen ausreichend, um diese Aktivierung hier zu tätigen, was natürlich fatal wäre, wäre, wenn ich meine Pressleisten hier im Vorfeld komplett durchlaufen lassen würde und muss später über die Leisten drüber kleben. Auch das sehen wir immer wieder. also es findet eine Unterbrechung statt, weil diese Leiste ist ja der erste Arbeitsgang und der zweite erst wäre die Verklebung mit dem Klebeband. Man kann die Situation auch drehen, die Bahn gibt es auch in drei Meter Breite, ich könnte zum Beispiel von der Rolle so viel abwickeln, dass ich ein kleines bisschen mehr als die Länge dessen, was ich brauche und wickel dann so lang weiter und verlege die Bahne und habe dann einen Vertikal Stoß. Bei unserer Membran wird sogar gehen, wobei ich möchte trotzdem das eigentlich vermeiden, dass die Verklebung auf dem Sparren wäre. SD-Werte addieren sich eins zu eins, wir haben einen relativ geringen SD-Wert in dieser Stelle, zweimal eine Bahn übereinander ist zweimal der SD-Wert und dann noch ein Klebeband drauf, was auch einen eigenen SD-Wert hat. Sinnvoll wäre, auch wie bei der Unterdämmung, ich würde so eine Verklebung unabhängig von irgendeiner Art von Verschnitt, weil was wir verkaufen letztendlich ist Zeit da draußen, ich würde an der Seite, an der Flanke vom Sparren, weil ich dann, wenn ich mir selbst nicht traue, bei der Verlegung, hier habe ich einen Gegendruck am Sparren mit meinem Pressfix, um das Klebeband zu aktivieren, im unteren Drittel diese Verklebung tun, oder auch das haben wir schon gemacht, größere Bahne im Vorfeld sogar miteinander zu verkleben und dann als Ganzes hier einzupflegen. Das sind die Möglichkeiten, die ich habe, mit der Membran beim Verlegen, ich kann von unten beginnen, ich kann von oben beginnen, ich kann, wenn ich von oben beginne, auf dem Dachbestand laufen, indem ich nur so viel wegnehme, wie ich tatsächlich brauche, um zu arbeiten, ganz sauber mich von oben nach unten arbeiten und habe, wenn ich unten ankomme, keinerlei Löcher in meiner Membran für irgendwelche Steiglatten oder sowas ähnliches, aber das ist wiederum das, was ich zu Beginn gesagt habe, ich möchte euch gar nicht erklären wie ihr es macht, ich möchte euch Tipps und Möglichkeiten an die Hand leben und ich bin wie gesagt nachher hier. Das wäre die Variante Subtop, ich muss gucken, dass ich hier keine Hinterströmung zulasse, ich muss meine Durchdringungen einkleben und ich muss meine Anschlüsse einkleben und Durchdringungen, jetzt kommt wieder der Stefan ins Spiel, habe ich jetzt zum Beispiel ganz ganz viele Durchdringungen und es sind nicht nur Zangen, das sind auch noch ganz andere Sachen, die mir das Leben schwer machen und vielleicht dafür sorgen, dass ich Möglichkeit habe, das für einen adäquaten Preis zu verkaufen, dann gibt es eine Alternative und die stellt jetzt nochmal der Stefan vor. Es wäre doch viel schöner, wenn wir uns hier gerade zum Beispiel die aufwändige Abdichtung dieser Zangen, die Anarbeitung da vielleicht auch sparen könnten, indem eine Luftdichtungsbahn hier nicht über wir aber dennoch den Zwischensparenraum nutzen zu Dämmzwecken und das ist auch möglich. Wie wir jetzt hier aber sehen, liegt hier die Luftdichtung nicht nur im Balkenbereich relativ weit außen auf der Konstruktion sondern in der gesamten Breite also auch im Gefachbereich. Deswegen funktioniert das nicht mit einer Dampfbremse auch nicht mit einer feuchten variablen Dampfbremse. Hier brauchen wir eine wie es jetzt hier auch schon abgedeckt wird. Die DASA Plano 0,01 steht in dem Fall für den SD Wert der Bahn. ist also hoch diffusionsoffen, hoch dampfdurchlässig und das ist auch wichtig, damit die Mengen an Diffusionsfeuchte, die ja wie wir vorhin gesehen haben relativ gering sind, hier im Aufbau zügig nach außen entweichen können. Und das Konstruktionsprinzip beruht darauf, dass wie gesagt diese relativ geringen Mengen Diffusionsfeuchte nach außen schnell entweichen können durch den offenen Aufbau zum Teil auch in sorbtiven Materialien also sprich den ganzen Naturdämmstoffen zwischengespeichert werden und die großen Mengen an Konvektionsfeuchte verhindert werden, weil dafür wäre es ja im Prinzip fast egal wo die Luftdichtung liegt. Ich kann auch wenn ich ein Rohr auf der Außenseite zuhebe nicht durchpusten und genauso verhält sich auch bei der Gebäudehülle. Wir brauchen aber hier dennoch immer eine gewisse Überdämmung also wir können mit der Luftdichtung leider nicht ganz auf die Außenseite weil schlauer Fuchs könnte jetzt auf die Deku ich lege auch eine Unterdeckbahn drauf dann verklebe ich die gleich luftdicht dann brauche ich die Bahn gar nicht in der Mitte das geht aber leider baufysikalisch nicht hat jemand eine Idee warum stellen wir uns vor die Bahn wäre perfekt luftdicht abgedichtet dann könnte es dennoch zu Hinterströmung dieser Bahn kommen also durch diesen thermischen Auftrieb können wir uns vorstellen dass vielleicht am Fußpunkt des Daches unterhalb der Luftdichtung Feuchtigkeit in den Aufbau gelangt also unter dieser Schicht und dann an der Dachschräge entlang nach oben steigt wenn die Bahn jetzt auf der Außenseite liegen würde würde es sich an der Stelle abkühlen könnte wie der Kondensat entsteht also deswegen muss die Luftdichtung immer eine gewisse Überdämmung erfahren damit eben hier die Luft sich nicht so weit abkühlt dass hier Kondensat ansteht an dieser Stelle auch wenn alles perfekt luftdicht wäre so wichtig wie gesagt diffusionsoffen muss die Bahn sein und damit muss man erst mal klarkommen sage ich mal weil normalerweise ist eine Luftdichtung gleichzeitig auch Dampfbremse das muss aber nicht so sein und wie gesagt ist hier in dem Fall sogar wichtig dass es eben nicht so ist sondern dass die Bahn höchst diffusionsoffen ist und wie man diese Dampfdurchlässigkeit herstellen kann dafür gibt es im Prinzip zwei Mechanismen oder zwei Herstellungsweisen wenn man so will nämlich einmal die konventionelle Technik sogenannte Mikroporösebahn das ist was man unter dem Mikroskopaufnahme links hier sieht da wird also die Funktionsschicht der Bahn im Herstellungsprozess unter Chemie und Temperatureinsatz gestretcht gedehnt sodass diese Mikroporen entstehen die man hier sieht und die sind dann so groß oder klein wie man sieht dass eben flüssiges Wasser nicht hindurch passt aber Wasserdampfmoleküle nach außen weichen können sollen das ist so die Funktionsweise dieser Bahn demgegenüber gibt es eine modernere Technologie nennt sich monolithische Polymermischung und wie Sie sehen sehen Sie nichts weil hier gibt es nämlich keine Löcher im Funktionsfilm der Feuchtetransport findet hier aktiv entlang der Molekularstruktur statt hat was mit molekularen Kräften zu tun großer Vorteil der Geschichte ist dass ich hier eben keine Löcher sage ich jetzt mal ein bisschen abfällig habe in der Bahn und das denke ich sollte jedem einleuchten dass das mehr Sicherheit bietet zum einen vor Wasser während der Freibewitterungszeit und natürlich auch hinsichtlich der Luftdichtheit und das kann man auch recht schön veranschaulichen mit einem kleinen Experiment ich habe hier was vorbereitet das ist im Prinzip nichts anderes als ein Einmachglas mit einer Luftpumpe und hier habe ich eine mikroporöse Unterspannbahn oder Luftdichtungsbahn eingelegt hier in diese Pumpe darüber eine Wassersäule aufgebracht und jetzt bringe ich mir diese Handpumpe hier Druck auf und jetzt kann man hier relativ eindrücklich sehen wie hier die Bläschen aufsteigen und daran kann man eben eine derartige mikroporöse Bahn erkennen damit sollte auch klar sein dass diese Bahn eben nicht die Sicherheit bieten kann wie eine Bahn die geschlossen ist und natürlich kriegen sie auch den Vergleich wir entnehmen jetzt ein Muster so jetzt gucke ich mal dass ich das hier kleckerfrei hinkriege Dankeschön jetzt hat es schnapp gemacht so nein jetzt so zack so gleiches Spiel wie eben auch hier pumpe ich und man sollte sehen wie sich die Bahn bewegt oben nach unten also ich veräppel sie nicht ich pumpe tatsächlich und hier steigen keine Bläschen auf die Bahn ist dicht so das ist großer Vorteil einer monolithischen Bahn dass die eben über einen geschlossenen Funktionsfilm verfügt und deswegen kann ich Ihnen nur empfehlen beim Einsatz dieser Luftdichtungsbahn zum einen aber auch bei der Verwendung von Unterdeck und der Spannbahn darauf zu achten dass sie eben über diese monolithische Polymermischung verfügen man findet nicht immer Angaben dazu in den Datenblättern aber wenn ein Hersteller das entsprechend hat dann wird er auch damit werben also wenn keine Angabe zur Funktionsweise angegeben ist dann kann man davon ausgehen dass es eine mikroporöse Bahn ist so und jetzt würde ich sagen schauen wir uns das Ganze wieder in der praktischen Verarbeitung an dann mache ich mich wieder online und gucke ob es bei mir genauso knackt wie bei dir also es wäre fatal zu sagen ich nehme eine Unterspannbahn weil meine Unterspannbahn ist günstiger als die Luftdichtungsbahn vom Wettbewerber weil die wenigsten Unterspannbahnen sind de facto nach diesem Prinzip hergestellt also eine speziell dafür hergestellte Bahn ist jetzt zum Beispiel die DASA Plano 001 dieses 001 steht für den SD-Wert Wasserdampfdiffusion äquivalente Luftschichtdicke 1 cm gleicher Wert wie eine hochmoderne Unterspannbahn bei funktionierender Luftdichtigkeit nichtsdestotrotz ist es so auch nur selbst dieser eine Zentimeter ist eine Bremse die ist zwar nur ein Millimeter stark ein Millimeter stehende Luft ist zu überwinden von diesem Wassermolekül um auf der anderen Seite anzukommen und deswegen damit hier an dieser Bremse kein Kondensat entsteht ist es ganz ganz wichtig dass die Dämmung dahinter tatsächlich eine Volldämmung ist ja zum einen wenn ich Luft hinten dran lasse dann habe ich eigentlich nicht den Stand der Technik erfüllt weil das hinterlüftete Steildach was früher der Werbeslogan war ist heute nicht mehr Stand der Technik Stand der Technik ist definitiv das Warmdach das vollständig gedämmte Dach und was ich jetzt zum Beispiel wenn das eine Unterspannbahn wäre niemals tun dürfte nämlich hier das sieht man wenn man ein bisschen so von der Schräge drüber guckt eine Beule produzieren diese Beule entsteht dadurch dass ich meinen Dämmstoff da drin ein kleines bisschen überdimensioniere also ich würde niemals hergehen und bei einem 12er Sparren eine 12er Dämmung weil das ist altes Holz das ist unterschiedlich dick mit allem was dazugehört das ist unterschiedlich krumpft und wie auch immer damals im Lauf der Jahre und Jahrzehnte ich würde hier ein kleines bisschen mehr reinpacken damit dann hier diese Beule entsteht diese Beule wenn es eine Unterspannbahn wäre würde bedeuten im Falle eines Ziegelbruchs würde mir Fließwasser vom Scheitelpunkt hier Richtung Sparren laufen darf ich nicht hier ist es so hier kommt ja eine Überdeckung drauf eine druckstabile Holzfaser Unterdeckplatte da geht dann nachher Gutdex drauf ein und mit dieser Unterdeckplatte die da drauf kommt drücke ich das wieder aufs Niveau dazu muss ich natürlich auch gucken im Vorfeld dass meine Innendecke Konstruktion das auch aushält und nicht ich drücke außen drauf und da drinnen macht es klack klack und meine Holzdecke verabschiedet sich auch das gehört zur Planung im Vorfeld einfach zu gucken was finde ich überhaupt da drin vor so rein von der baufysikalischen Seite also wir reden jetzt nicht von Handwerkerehre von was auch immer was man eigentlich tun sollte sondern wirklich nur von der Bauphysik wäre es sogar möglich wenn der Dämmstoff der drin war nach wie vor den Begriff Dämmstoff verdient und nicht nur nach unten gerutschtes was auch immer oder vom Marder irgendwo hingetragen was auch immer sondern es ist tatsächlich noch eine Dämmung als solches dann könnte ich hergehen und könnte die sogar im Bestand da drinnen lassen wenn ich sie überdämme mit Oberkante voll idealerweise mit einem hygroskopischen Dämmstoff der Feuchtigkeit aufnehmen kann der Feuchtigkeit handeln und zwischenspeichern kann ohne und das ist ganz wichtig dabei Schaden zu nehmen wäre jetzt ein Abstand zu einer Membran hin dann wird hier Kondensat nicht viel aber Kondensat anfallen an der Rückseite der Membran das wird runterlaufen da unten ist das tragende Teil meines Dachstuhls meine Fußschwelle und die wird im Laufe der Zeit würde die durchfeuchtet werden das möchten wir vermeiden also immer dran denken lieber hier kleines bisschen mehr also kleines bisschen weniger die Platte ober drauf drückt es platt in der Summe habe ich eine Volldämmung und jetzt geht es um folgendes ich bin hier plötzlich auf der Oberseite bei der Variante war ich auf der Unterseite aber ich muss auch hier wieder nach unten ich muss wieder zu meinem nächsten angrenzenden luftdichten Bauteil so das luftdichte Bauteil hier in dem Fall genau wie auf der rechten Seite auch hier mein Ringanker mein Beton was auch immer und da muss ich hin und jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten zu sagen okay ich gehe her und nehme wieder mein obligatorisches Klebeband nachdem ich die Situation ertüchtigt habe sprich ich habe die Situation hier ich habe mein angrenzendes luftdichtes Bauteil habe ich geprimert dann kann ich ich mache es jetzt hier mal nur punktuell ich kann das jetzt hier einkleben so und ganz wichtig nicht nicht der die Fußschwelle ist mein nächstes angrenzendes Bauteil die muss ich überhaupt nicht verkleben da muss ich hin da unten ich kann zwar hier reintackern aber das hilft mir nicht weiter sonst zieht mir später unter der Fußschwelle zieht mir es später durch vielleicht ist es auch so dass hier unten später eine Wärme dem Verbundsystem da drauf gepackt wird und wenn hier dem so wäre dann könnte ich auch den bis dato vorhandenen Außenputz wenn es sowas gibt in der vielleicht anderen Draufsituation und nicht bei der Vorsatzschale dann könnte ich auch den Außenputz zu meiner neuen Luftdichtungsschicht machen weil das was die Membran oder die OSB in der Leichtbau Holzbau Variante ist im Mauerwerksbereich immer der Putz niemals das Mauerwerk Mauerwerk ist definitiv auch Kalksandstein ist nicht luftdicht nur der Putz macht es für mich als Verarbeiter von Membranen und Klebebänder zu einem Partner sprich zu einem angrenzenden Bauteil jetzt kommt das was ich Ihnen vorhin versprochen habe euch hier also darüber hat gar keiner reagiert als ich meinen wunderbaren Ortgang Anschluss hier gezeigt habe meinen Ringanker das wäre ja schön wenn man sowas vorfinden würde denn die Realität sieht aber normalerweise so aus und da wäre es auch ganz clever wenn ich vorher wüsste wie es aussieht weil auch das ist ein Teil den den ich in meiner Aufgabenstellung drin habe entweder ich muss dafür sorgen dass wieder dieses tolle Wort Ertüchtigung dass es vorher ertüchtigt wird oder ich habe es in meinem Portfolio dabei wenn ich sowas vorfinde oder wenn ich weiß dass ich dann bei der Sanierung sowas vorfinde dann wäre es ja eigentlich nicht zielführend wenn ich hergehen würde würde die ganze Dachseite in den Container werfe und müsste dann abends eine ganze Dachseite auch wieder zuplanen wenn ich hier ein Part habe an dem ich erst ankleben kann wenn das was da drauf kommt auch wieder so weit trocken ist dass ich da arbeiten kann das heißt ich würde hergehen und die Ortgänge öffnen weil die kann ich abends relativ schnell notgedrungen wieder schließen als Notdeckung und dann ist natürlich wichtig dass der Nachunternehmer der für mich diese Aktion durchführt oder meine Leute dass die dann auch Gewehr bei Fuß stehen und ich nicht warten muss bis der für mich Zeit hat also auch da ist es ganz wichtig dass das Hand in Hand läuft und wenn ich dann hier meine angrenzendes luftdichtes Bauteil habe dann und jetzt zeige ich es mit meinem Flüssigkleber dann gehe ich her und mache diese obligatorische Raube von der ich eben gesprochen habe und kann auch hergehen ich mache es hier nicht zugunsten des Teppichs ich könnte auch die Spitze nachschneiden damit de facto mehr auf einmal rauskommt und du hast das alles im Bild ich gehe her und trage hier meine Raube auf ich schaffe zwar akkord aber es wäre auch hier nicht zielführend durchzuziehen bis nichts mehr kommt und dann da vorne wieder weiter pumpe also ich gucke dass ich das nahtlos hier auftrage und damit ich dann diese Kleberaupe auch erhalten kann beim Einbringen der Membran gehe ich her und bette die Membran nur ein hier ist der Kleber ich fahre mit den Fingern jeweils am Rand entlang also ich glaube in den Verarbeitungsrichtlinien steht drin 8 mm auftragen und auf 6 mm zusammendrücken dass das Theorie ist das wissen wir alle also ich gucke dass ich genug drauf packe und vielleicht klappt es auch mit 6 auf 4 vielleicht brauche ich auch 12 auf 10 das kommt auf die Situation an und das kommt auf das an was derjenige der das hier gemacht hat für mich diese Ertüchtigung dass das eine glatte Oberfläche ist hätte ich jetzt hier einen tatsächlichen Untergrund so wie hier gezeigt könnte ich auch mit dem Klebeband arbeiten auch mit diesem Klebeband was ich hier gezeigt habe habe ich aber hier was mit einer groben Oberfläche dann bin ich mit dem Flüssigkleber deutlich besser bedient oder vielleicht ich wechsle das Klebeband ein Klebeband auf Butyl Basis was eine ganz andere Material hat und ein ganz anderes Fließverhalten in den Untergrund immer situationsbedingt vor Ort entscheiden jetzt haben wir hier unseren Sparren als Durchdringung den wir hier auch wieder einbinden müssen und hier habe ich jetzt ein Gimmick dabei das ist eine Kartonleiste könnt ihr euch nachher gerne angucken und auf dieser Kartonleiste da fehlt einfach in der Mitte fehlt von dem Klebeband Rückseite fehlt Schutzfolie kleines Stück auf der Ecke ist es dann aufgeklebt und es hilft mir tierisch auch wenn es aussieht erstmal das ist totaler Schwachsinn wer hat sich sowas Blödes ausgedacht aber wenn ich den hergehe und ich konfiguriere mir den und dann nehme ich auch nicht den Cutter dazu dann in dem Fall habe ich hier einen Allesschneider ich schneide mir die auf die Länge die ich brauche hoppla macht nichts ich gehe her ich zeige es jetzt mal am Sparren Überstand und packe mir das am Sparren hier wo bist du da oder da wo soll ich hin gehen wir hier rüber ich klappe vorher bitte schön dieses Klebeband zur Seite also so wäre es nicht zielführend dann würde ich mir die Hälfte dessen was es kann wegnehmen ich klappe das um und schieße den an und habe jetzt hier einen Hintergrund an dem ich definitiv man sieht es da ist es schon da hier kann ich sogar antackern ich mache das weg ich lasse den da runter laufen ich zeige es hier das ist einfacher weil da habe ich schon entsprechend nachgeschnitten hier wollte ich noch was anders demonstrieren also hier ist mein Klebeband hier ist meine Membran ich tagge die jetzt hier an kann da rein tackern so und kann dann den Liner abziehen und habe sofort eine Verbindung zu meiner Membran komm her jetzt der Vorführeffekt jetzt so einmal habt ihr wieder gesehen ohne Fingernagel das hat vorhin weggenommen gehabt egal so ich klebe hier an und dann klebe ich da an dann habe ich zwei Fliege mit einer Klappe geschlagen hier in dem Bereich macht es da drüben genauso verbinde miteinander aber kritisch wird es natürlich da weil der Sparren hat ja vier Seiten da unten da wird es für mich problematisch das sieht man noch ein bisschen Tesa weil wir haben unseren Sparren auf der Unterseite geschützt weil der soll ja noch ein bisschen halten hier in dem Fall ist es auch wieder nicht nötig dass ich am Sparren anklebe nicht an der Schwelle anklebe aber ich muss von meinem angrenzenden Bauteil auf die Rückseite mal Sparren kommen ich möchte gern verhindern dass ich irgendwo hängen bleibe wo ich Zeitpunkt gar nicht kleben möchte und habe ich kein Sonderklebeband dabei die gibt es auch wo die Hälfte klebt die andere Hälfte noch nicht sowas zeige ich nachher am Kamin dann gehe ich her und mache mir so ein Sonderklebeband einfach ganz schnell selbst und ich gehe her und klebe die übereinander und hätte jetzt die Situation ich könnte jetzt hier entlang fahren und an meinem Sparren ankleben und unten auf mein nächstes angrenzendes luftdichtes Bauteil ich mache das jetzt gerade mal ich fädel da unten durch das ist jetzt groß genug dass ich das auch tun kann so ich bin hier klebe an mein Sparren habe jetzt gesehen ist leider Gottes immer noch zu schmal ist kein Problem klebebänder kann ich verkleben auch zwei auch mal drei übereinander an so einer Punkt UN stellen ist das überhaupt kein Problem und jetzt muss ich hier kleben und muss natürlich auch wieder aktivieren und dann gehen wir her und da wäre jetzt mein Pressfix zu groß und dann gehen wir einfach her und konfigurieren uns nochmal unseren Pressfix in neu in der Größe mit der ich da auch was anfangen kann und kann dann da unten mein Klebeband antreiben und mache dann meine Verklebung auf mein angrenzendes Bauteil ich mache das ich habe gesagt ich bin in jeder Pause am Modell ich mache das nachher am Modell im Einzelnen fertig und nachher sehen wir das komplett mit verschiedenen Varianten wie das dann hinterher aussehen könnte wie es aussehen tut als solches spielt letztendlich keine Rolle wichtig ist nur dass es dauerhaft luftdicht ist ans nächste angrenzende Bauteil und das ist jetzt wiederum mein Tipp an die Handwerker es muss nicht schön aussehen aber wenn es schön aussieht hilft es beim Verkaufen weil wenn mein kommt und er ist auch noch schwindelfrei und er hebt die Notdeckung auf und guckt darunter und die sehen alle unterschiedlich aus und er ist vielleicht Lehrer von Beruf dann habe ich ein Problem hinterher und deshalb wäre es ideal wenn die auch alle gleich aussehen die Firma Roto hat für sowas ein Wort kreiert das heißt Best Practice egal wie man an die Situation drangeht da geht es auch um Luftdichtungsbahne anschließend ans Fenster man definiert vorher in der Firma wie man es macht und dann ist vollkommen egal wer da hingeht es sieht immer gleich aus weil wenn hier 20 Stück sind und das sind 20 verschiedene Varianten dann werde ich Schwierigkeiten haben dem Kunde zu erklären dass das eine hochwertige handwerkliche Leistung ist für die er das entsprechende Geld zu zahlen hat und wenn er im Internet nachguckt dann sieht er vielleicht eine 21. Variante und dann habe ich richtige Probleme also hier wenn es gleich aussieht hilft es beim Verkaufen Stefan du kommst zu mir und machst den Theoriepart bitte zu Ende und parallel dazu bin ich hier noch ein kleines bisschen am Arbeiter eins habe ich noch vergessen ich könnte natürlich auch hergehen könnte sagen das ist mir alles zu teuer das brauche ich alles gar nicht ich mache hier Origami für Fortgeschrittene das heißt ich schneide meine Membran so ein dass ich hier direkt mit dem Flüssigkleber dran gehen kann wie auch immer und auch hier werde ich feststellen es gibt Situationen die kann ich dann im Eckbereich mit dem Flüssigkleber allein kann ich gar nicht löse also ich werde sowieso Klebebänder brauchen und wenn ich doch die Fläche vorbehandle und Primer an der Stelle in der Situation dann sieht es hinterher deutlich besser aus nämlich alle gleich aktiver Teil von mir beendet ich mache mich offline so wunderbar dann schauen wir mal ob wir es ohne Gespratzel hinkriegen so was jetzt natürlich wichtig ist ist dass hier noch eine Überdämmung draufkommt das hatten wir vorhin schon angesprochen also hier die Luftdichtungsbahn muss überdämmt werden zum Beispiel mit einer Holzfaser Unterdeckplatte also die Bahn kann dann auch gleich die Funktion als zweite wasserführende Ebene unter der Dacheindeckung erfüllen das ist ganz praktisch und jetzt gibt es verschiedene Empfehlungen wie stark diese Überdämmung sein sollte wir haben das relativ anwenderfreundlich aufbereitet nämlich gibt es einmal eine 2 zu 1 und eine 3 zu 1 Lösung und dieses Verhältnis das bezieht sich auf das Verhältnis zwischen Sparendämmung zu Aufdachdämmung 2 zu 1 heißt also habe ich zwei Teile Gefachdämmung also beispielsweise 12 cm dann brauche ich mindestens ein Teil also mindestens 6 cm mindestens wohlgemerkt also gerne auch mehr an Überdämmung das funktioniert im Prinzip eigentlich immer diese 2 zu 1 Lösung hier kann auf der Innenseite eigentlich vorhanden sein was will wenn man so will sofern ich mit einem sortiven Dämmstoff arbeite im Zwischensparen Bereich also zum Beispiel einer flexiblen Holzfaser das ist also relativ universell anwendbar wenn man das ein bisschen ausreizen möchte weil man nicht mehr Überdämmung aufbringen kann oder auch immer dann kann man auf diese 3 zu 1 Lösung gehen heißt die Überdämmung muss dann nur noch ein Drittel betragen der Gefachdämmung und das ist möglich wenn wir irgendwas im Innenbereich haben was dampfbremsende Wirkung erzeugt also beispielsweise eine Dampfbremse im Bestand muss auch nicht luftdicht sein oder eine Holzschalung vollflächig Sichtholzdecke oder verputzte Holzschalung weil dann diese Schicht den Diffusionsstrom schon mal ein Stück weit begrenzt in das Bauteil und dann kommen wir mit weniger Überdämmung aus Also Sie müssen sich das jetzt nicht alles notieren Ich denke 2 zu 1 das kann man noch ganz gut behalten Wie gesagt in Verbindung mit absorptivem Dämmstoff geht eigentlich immer Für andere Fälle können Sie uns gerne kontaktieren oder Sie finden es natürlich auch in unseren Planungsunterlagen auf unserer Homepage vielen Kanälen sozusagen Vielleicht noch ein Hinweis das sind jetzt unsere Empfehlungen Das ist jetzt nichts was Sie so allgemeingültig in einer Regel der Technik sprich in einer Norm finden sondern unsere Herstellerempfehlungen und es kann sein dass es bei einem anderen Systemanbieter wieder ganz anders aussieht Das ist nicht so dass der eine Recht hat der andere nicht sondern das sind einfach abweichende Empfehlungen Also bei Gutex ist das auch wieder ein bisschen anders aufgebaut als bei uns vielleicht und für Sie ist eben nur wichtig dass das was Sie machen durch einen Systemanbieter abgedeckt ist was natürlich dann auch haftungsrechtliche Konsequenzen hat dann entsprechend Okay Sie finden das zum Beispiel auch auf www.wissenwiki.de Das ist eine Wissensplattform man kann es am Namen erahnen ähnlich wie Wikipedia aufgebaut also modernes digitales Medium sozusagen nur dass sich hier alles rund um das Thema Bauen dreht und hier können Sie dann relativ einfach mit dem Smartphone oder ähnlichem dann über Schlagwortsuche dann Informationen zum luftdichten Bauen abgreifen und so eben auch diese Empfehlung was dieses Überdämpferhältnis anbelangt So Fazit wir vergleichen nochmal beide Varianten also vielleicht nochmal eine allgemeine Empfehlung an Sie ich erlebe immer wieder auf Seminaren Vorträgen dass gerade auf Zeiten der Verarbeiter passiert dass man sich auf eine Variante festlegt das sagt der eine ich mache diesen schlaufenförmigen das ist mir viel zu aufwendig ich mache nur noch das eine oder das andere das würde ich nicht tun ich würde mir die individuellen Gegebenheiten anschauen was haben wir bei dem jeweiligen Bauvorhaben für Anschlüsse was will der Bauherr was kann ich machen gerade was Überdämmung etc. anbelangt und dann im Einzelfall festlegen was ist die sinnvollere oder wirtschaftlichere Variante dann also man sollte vielleicht schon beide Varianten im Hinterkopf haben und dann wie gesagt im Einzelfall schauen was macht vor Ort dann tatsächlich auch Sinn ist wirtschaftlich etc. und die Vorteile der Plano-Variante wenn man so will die denke ich liegen fast schon auf der Hand ist zum einen die einfache Verlegung ich kann die Bahn vollflächig übers Dach verlegen auch über diverse Problemstellen also sprich gerade wenn ich eine Gliederung im Dach habe wie jetzt Kehlen Grat etc. kann ich da relativ einfach die Bahn drüberlegen ich muss keine Zangen oder ähnliches andichten muss mich nicht um Perforation kümmern weil die Bahn in einer ganz anderen Ebene verläuft ist also zum einen einfacher aber auch schneller zu verlegen und was man nicht unterschätzen sollte ist das Thema Witterungsschutz weil diese Bahn ja im Prinzip ist ja so wie eine Behelfsdeckung mit einer Unterdeckbahn ich habe eine ebene Fläche wo das Wasser sauber gezielt ablaufen kann wohingegen ich bei der Sub-and-Top-Variante mit hoher Wahrscheinlichkeit Bereiche oder mit Bereichen rechnen muss wo das Wasser stehen bleibt also habe ich irgendwo Auswechslung zum Beispiel hinter Dachfenstern kann ich das Wasser da nicht ableiten deswegen ist es ungünstig diese Variante frei zu bewittern wohingegen das hier sehr gut funktioniert so entscheidendes Kriterium ist aber dass ich hier immer diese Überdämmung aufbringen muss und das wiederum ist der Vorteil der anderen Variante weil bei der Sub-and-Top-Verlegung eben keine Überdämmung zwingend erforderlich ist also wenn ich das aus Denkmalschutzgründen Anschlusshöhenbegrenzten etc. nicht machen kann dann ist eben die Sub-and-Top-Variante umsetzbar genau hier brauchen wir eine feuchte variable oder Dampfbremse als Luftdichtung hier eine diffusionsoffene Luftdichtungsbahn als Luftdichtung und Vorteile der Sub-and-Top-Variante kann man vielleicht auch nochmal erwähnen ist eben wie gesagt dass wenn man mit Einblasdämmung von außen arbeitet ist es von Vorteil man muss auch sagen dass es eigentlich wenn man jetzt mal den Regelaufbau anschaut im Gefach die eigentlich sichere Variante ist also ich habe hier die Luftdichtung dort wo sie baufizikalisch optimal sitzt nämlich im Warmbereich und damit weniger Feuchtigkeit hier in der Zwischensparendämmung also nichtsdestotrotz funktioniert das natürlich auch mit entsprechenden Sicherheiten aber hier hat man eben weniger feuchtige Halle in der Dämmung wenn man so will das jetzt nochmal zusammengefasst der Vergleich der beiden Varianten möchtest du noch was zur Praxis sagen und zwar ist es natürlich so wenn man jetzt mal der Ohr ein bisschen was rattern lasse wir haben hier jetzt gehört wir müssen hier eine Überdämmung liefern in unserer Variante 2 zu 1 wird bedeuten beim 16er Sparren hier eine 8er Holzfaser beim 14er Sparren eine 7er Holzfaser Blödsinn kann man nicht kaufen auch eine 8er Holzfaser mehr ist kein Problem weniger müsste man den Hersteller der Bahn mit einbeziehen inwieweit der dafür eine Freigabe gibt wir von ProKlima sind der Meinung auch wenn wir heute hier mit Gutex da sind unser System sollte mit jeder Holzfaser funktionieren und deswegen stellen wir uns immer auf die sichere Seite und mit dieser Variante 2 Drittel 1 Drittel ist letztendlich die Platte uns als ProKlima egal aber ganz wichtig wenn wir hier auf der Fläche was drauf packen hier und die Fläche und die Fläche als solches Fläche ist ja einfach die Fläche hier geht mit dem Richtungswechsel hier in die senkrechte über dann muss ich natürlich auch her gehen und muss auch hier meine Membran überdämmen ja aber natürlich nicht mit sowas Holzfaser das ist für Demonstrationszwege heute und hier geeignet aber die ja nicht ich kann die ja nicht komprimieren also hier wäre wiederum auch was was ich zwischen die Sparren einklemmen kann ja hier wir sehen die kann ich ja wirklich passgenau und kann dann Unebenheiten bei Rundholz oder von mir aus auch bei Halbholz ja wenn das Ganze irgendwo nicht parallel ist in der Flanke kann ich das damit korrigieren ich kann aber auch oder ich muss aber auch dahingehend mir Gedanken machen weil ich vielleicht aufgrund der baulichen Gegebenheit die ich habe vielleicht je nachdem was ich unter Umständen vorfinde im Vorfeld einen sichtbaren Sparrenkopf an der Traufe habe und eine sichtbare Schalung obenauf ich vielleicht und der Bauphysik ist in dem Fall ganz klar Vorzug zu geben vor der Ästhetik ich muss vielleicht im Nachhinein meinem Kunden eine Untersichtschalung verkaufen damit ich eine Dämmung da noch einbringen kann also ich muss wirklich diese Gedankegänge wie beim Schachspiel ich muss viel weiter sein als da wo meine Hände sind und allein schon in der Angebotsphase damit ich weiß was wird passieren ich muss vielleicht irgendwo Stellbrett mit einkalkulieren um irgendwas optisch zu verdecken weil ich muss meine Membran überdämmen hier in dem Bereich da nicht da schon also all diese Faktoren spielen eine ganz große Rolle und nochmal Appell an die Handwerker Appell an die Planer gönnt euren Handwerkern der verkauft euch keine Ware das macht der Händler der Handwerker verkauft eine fertige Dienstleistung liefern und fachgerecht montieren und es geht nicht im Akkord obwohl Dacharbeiter leider Gottes sind Akkord aber hier in dem Fall ist es Millimeterarbeit wir machen jeden Tag was auf was wir vielleicht noch nie in der Form gesehen haben somit machen wir keinen Akkord wie in der Fabrik sondern wir machen eigentlich jeden Tag ein Erlkönig irgendwas was noch nie da war und den müssen wir vorher schon mal gesehen haben oder der Planer mir eine Ausschreibung und ein Luftdichtungskonzept liefert mit dem ich auch arbeiten kann das war es jetzt definitiv von mir und ich mache mich wieder offline okay so wenn sie dazu wenn ihnen dann im Nachgang noch Fragen ein so muss man vielleicht sagen oder sie das Ganze im Einzelfall auch von uns überprüft haben möchten ist gar kein Problem wir bieten wie gesagt den kostenfreien Service an dass wir Bauteilaufbauten überprüfen hinsichtlich des Feuchtes Schutzes also da Nachweise erstellen dann wären das die Kontaktdaten dazu die Nummer zum Glück sozusagen die Technik Hotline da können sie uns mit konkreten Fragen löchern da sitze ich Kollegen viele Kollegen alle haben baupraktischen Hintergrund viele Ingenieure und da sollte inkompetent weitergeholfen werden ansonsten können sie uns wie gesagt auch per E-Mail kontaktieren für diese Bauteilanfragen wir haben mittlerweile auch eine Eingabemaske auf der Homepage also alles schick modern digital aufbereitet sie können uns aber über die E-Mail was auch oft gemacht wird zum Beispiel ein Foto von der Baustelle schicken also mit Smartphone gemacht kurz geknipst geschickt dann sprechen wir über dasselbe am Telefon weil Sie müssen sich vorstellen Sie stehen vielleicht auf der Baustelle haben das vor Augen erzählen uns das und wir müssen dann erst mal im Kopf ein Bild generieren das vielleicht ganz anders aussieht als das was tatsächlich gegeben ist deswegen ist so ein Foto oft ganz hilfreich viele Informationen finden Sie Klimaproduktinformationen enthalten sind technische Datenverarbeitung Hinweise aber weitaus mehr auch ganz viel Hintergrundinformation gerade auch zum Thema Sanierung Konstruktionsdetails etc. pp und dieses Wissen erhalten Sie auch heute Nachmittag in den Präsenttütchen sage ich mal also kriegt jeder von Ihnen eins mit und da können Sie das Ganze auch nochmal nachschlagen so haben Sie denn jetzt ganz konkret noch Fragen zu dem Thema oder welche Fragen haben Sie man muss ja immer offen fragen zu dem Thema Luftdichtheit bei der Dachsanierung von außen ja bitte okay also hier kam die Anmerkung wir haben jetzt von der Dachschräge gesprochen was machen mit der Kehlbalkenlage ist ja auch oft der Fall dass die saniert wird also nicht das Steilach bis zum Fürst sondern die oberste Geschoss Decke und da könnte ich im Prinzip beide Varianten umsetzen das Problem ist bloß dass man dort ja in der Regel einen Gebelag aufbringen muss und das funktioniert bei diesem System nicht bei dem DASA Planungssystem also ich kann da keine OSB-Blatt oder Brettschalen oder ähnliches aufbringen also technisch schwierig schwierig aber baufysikalisch auch nicht sinnvoll weswegen man dort wahrscheinlich eher zu der Sub- and Top Variante tendieren wird weil da kann ich dann schon noch mal einen Belag aufbringen der dann allerdings schon diffusion offen sein soll dazu von Vorteil ist hier eine Brettschalung aufzubringen das würde gehen wenn die Dämmung jetzt offen aufliegt sozusagen in der Kehlbalkenlage also wenn ich Zwischenbalkenraum aus dem Bahn verlege und dann lose noch mal eine Überdämmung drauflege könnte ich auch das in der Kehlbalkenlage machen ist die Frage damit beantwortet nicht vielleicht konkretisieren Sie die Frage Ja Also wenn ich es richtig verstanden habe geht es darum dass Sie sich eigentlich eher nur im Dach bewegen wollen aber an die Kehlbalkenlage ran sollen aus welchen Gründen auch immer Ah okay also die Anmerkung wäre weil die Kehlbalkenlage nicht luftdicht abgedichtet ist im Bestand okay also geht es eigentlich um die prinzipielle Anordnung der Luftdichtung ob jetzt eben Kehlbalkenlage oder im Dachbereich beziehungsweise wie die miteinander zu verbinden sind okay ja da muss ich schauen was im Einzelfall gewünscht ist sozusagen oder man muss sich da auf eine Ebene festlegen so muss man vielleicht sagen also entweder die Luftdichtung verläuft einmal über die komplette Dachfläche also inklusive des Fürstes sozusagen dann ist jetzt Luftdichtungstechnisch die Kehlbalkenlage egal jetzt mal auf den Punkt zu bringen weil die sich ja innerhalb der thermischen Gebäudehülle bewegt ist das nicht der Fall also ist die Kehlbalkenlage die obere Begrenzung des bereits Gebäudevolumens dann muss ich mit der Luftdichtung natürlich vom Dach also im unteren Dachgeschoss dann irgendwie nach innen und auf die Kehlbalkenlage und das ist mitunter aufwendig weil sie müssen dann ja durch die Balkenebene hier mit der Luftdichtung da wäre wieder die Sub-and-Top-Variante von vorder weil da ist die Luftdichtung im Gefachbereich schon mal unten wo ich dann auch anschließen kann aber ich muss hier durch die Ebene durch das heißt sie müssen halt im Einzelfall schauen was sind die Gegebenheiten wo verläuft die Luftdichtung beziehungsweise oder sie legen es fest es muss halt eindeutig sein also nicht in beiden Ebenen Dach bis zum Fürsthoch und Kehlbalkenlage sondern eins von beiden das hat beides Vor- und Nachteile für die Dachsammlung von außen ist es sicherlich einfacher wenn sie sich für das Dach entscheiden weil dann können sie das einmal komplett luftdicht einpacken und müssen entsparen sich diesen aufwendigen Übergang im Kehlbalkenbereich jetzt beantwortet ja ja sie sind verpflichtet das Luftdicht abzudichten weil es allgemein anerkannt regler Technik entspricht es ist eine gewerkeübliche Ausführung man kommt nicht drum herum aber wenn sie es nicht machen es nicht luftdicht ausführen dann ist es eine mangelhafte Ausführung mit entsprechenden Konsequenzen man muss natürlich die Kirche im Dorf lassen es gibt sicherlich auch mal Bereiche wo ich in der Sanierung nicht beikomme etc aber dazu eine pauschale Aussage zu treffen ist schwierig prinzipiell würde ich schon versuchen dass so gut es geht luftdicht abzudichten je besser sich darauf vorbereiten Bestandsaufnahme Planung etc desto besser ist dann auch das Endergebnis ok also ansonsten stehe auch ich gerne während der Pausen für Fragen zur Verfügung gerne auch im Nachgang per Telefon E-Mail etc und wir liegen super in der Zeit ich übergebe an die Motivation mit 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 Vielen Dank.